3 4 4 warte mal wenn machst du deine Alter der Hund schon wieder was ist das für Mixer der hat mich ich konnte ich konnte gerade mal eine Sache einsetzen da hat er mich schon gekillt gehabt was ist denn das hat er ist er irgendwie ganz schnell zu dir gesprungen ja iProblematic oder so ja hat er seine Ulti aktiviert halt doch so ein nackesicht die hält dich für ein paar Sekunden fest oh kacke ja und dann ist kacke so ja ok ja ist doch so ganz ehrlich was muckt denn er auf ich bann den gleich ich melde ihn kannst du machen nö warum weil er geschrieben hat dass wir Noobs sind Noob ist ja eigentlich nur das Wort für Anfänger eigentlich schon guck mal hier wieviel Schaden der an den komischen Turm macht doch ich bin ja hier schon ey hier kann man sogar eine Spinne sehen hier drei Spinnen wo hast du typisch schon 18 oh welche Spinnen ja hier auf dem Boden sieht man ganz kleine Spinnen oder Amo oder Amo ja komische Viecher ich so mal ein bisschen dran dann können meine Zuschauer alles sehen die kleinen Tierchen hier arbeiten tanzt 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 für mich ach ich kann gar nicht schießen hm ich wollte grad diesen Samenwurf machen aber geht überhaupt nicht oh nein 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 hier Gegner den mach ich platt nein beinahe und hier den auch noch so und das hier gleich hinterher ich bin jetzt im Blutrausch hui oder auch nicht laut ab was das sagt nicht alter die sind alle 18 aus dem Computer sagt nein und bei uns nur Brand 18 ich bin 17 und du bist 11 ich setz alle Fähigkeiten ein die ich habe ey und wir haben alle gekillt juhu geh nach oben geh nach oben aber bleib nahe dem Turm also bleib rechts an der Wand am besten damit die mich wieder killt ne rechts die Wand rechts die Wand achso oh Tom R greift mich an aktiviert Geist Geist ich weiß nicht wo der ist da lauf 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 oh mein Gott bin ich schnell jetzt ja gleich ist es vorbei hör wie hat er mich gefangen bekommen du hättest recht zu dem großen äh zu der Base hingehen sollen jetzt muss das Spiel noch mindestens 5 Minuten gehen weil das wäre sonst scheiße hier für den Upload was was ich bin down guck mal ich komm wieder und sterbe gleich schweinerei ach im nächsten game nämlich war weg dann mache ich alle fertig die die sollen es ja verstehen hier was ich geschrieben habe dann schreib es auf englisch ich schätze mal das verstehen sie mehr oder eher das was das ist da dauert das lange oftmals kommen die Leute aus Australien Amerika nicht Amerika aber England und so weiter sind hier viele Gegner wo sind die kleinen da da das sind nämlich meine Opfer die kriege ich wenigstens noch down diese Fähigkeit die du gerade aktiviert hast solltest du nicht aktivieren warum da der diesen großen Ring macht warum weil warte mal ich glaub der erhöht nur äh dein ja dein Angriff oder irgendwas warum verliere ich Leben ey kann mir das mal jemand sagen ey warum verfolgen mich die Schüsse ey weil sie die fixiert haben aus dem kann ich nur zwei frage eine frage gleichzeitig beantworten und nicht 30 warum bin ich habe ich jetzt 1871 Leben weil du so viele Gegenstände hast am besten alle fernhalten die ganzen blauen äh ding basalen hier alle töten wie mich der kleine hier dieser eigentliche kill passt ey geht da mal down und dafür kriege ich nur 27 Gold am Arsch ey Champagne zu äh die Attack sollst du mich aktivieren ja ich ich aktiviere mal alle Attac'en ja das bringt aber nicht viel weil die Attack hier keinen schaden macht ich weiß auch nicht warum ich die aktiviere oh das ist ein Gegner gegner äh ich sollte mehr Angst haben ich hab weniger leben als du Jörg Müller können die mir hier oben auf die Sohn auf unser Schutz Stützpunkt wo wir es worden auch können ein da bist du sagen wir mal so nicht unverwundbar aber da bist du kaum tötbar ihr könnt mir gar nicht ihr könnt mir gar nicht ich bin hier noch im Schutz wir können sich gar nicht ihr könnt mir gar nicht Lalalalala auch Gegner wieder jetzt geht's ab und den hier gleich mitnehmen das aktivieren wir und wir greifen damit an ja doch gib mir doch die Punkte alter jetzt bin ich Level 13 der hat mich der hat mich der oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich kann ich glauben dass du das gesagt hast wir haben total verloren was ein Arschgesicht wie geht das weg so was der eine muss hier schon 60 Sekunden warten das bist du ne ja du musst 60 Sekunden warten bis du es worden kannst ja was im behinderte Scheißding sei weil ich Stufe 18 bin jetzt kauf ich mir noch was was soll ich mir kaufen das hier warte mal was geht immer noch nicht ich weiß nicht zehn Punkte wie viel Geld hast du 4 3 2 1 jetzt jetzt habe ich mir den Stab gekauft kauf dir am besten zuerst die empfohlenen Gegenstände ist besser für dich aber was kann ich jetzt mit dem Stab machen gar nichts der gibt dir nur eine Fähigkeitsstärke dazu Angriff Leben Leben ist immer gut ja jetzt habe ich über 2100 schon um genau zu sein 2121 ui 2121 das ist ein Zeichen neuer Schatz ich habe 23530 heute gibt es damit habe ich schon gemacht nun wäre jetzt mache ich hier die Spiegel nämlich der das 2 er die Dinger sind heftig was ist denn das älger ist ehrlich ich hatte so viel Leben man zeigt nur noch 403 zu wenig Rüstung scheitert sind vier von den Dingern hier er dort möchte ich sie alle das will ich sehen ich kann mit einer Attacke können wenn ich will ob kommen denn liebe du doch nicht aufgeben das alles meine wie die die und das auch noch die und das hier ist und jetzt schnell weg hier wieder das ist und jetzt bin ich am drauf jetzt nicht mehr ober nein was die Arschgesichter sind hier hau 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 was die Arschgesichter sind hier alt da hat mich wieder das Problem Kind bekommen kann ich auch irgendwie Befehle machen dass man vorsichtig sein soll Hallo 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 was denn ich rede hier scheiße wie endet ja Leute äh das war eine kleine Runde äh von League of Legends wie wir mit diesem schönen gewonnen Zeichen äh der Zeichen hier sehen können schön wärs und ja ich hoffe es hat euch gefallen ähm guckt auch die nächsten Videos es sind ja jetzt ein mehrstelliger Part und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und möchte uns auch noch kurz was sagen. Jo, es hat mir Spaß gemacht und würde mich auch gerne verabschieden und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Tschüss. Tschüss.